UNTERTITELUNG Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Coligno als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben wir Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Du hast einen großen Auftritt vor dir. Nicht so weit treiben haben Sie. Immerhin hat der Hans Meyer umgebracht. Was? Der in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch befangen. Kannst du jemanden nicht verteidigen? Ich habe die Pflichtverteidigung im Bund. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Coligno dazu, dass er gesteht. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel, lassen Sie jetzt stecken. Herr Coligno, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, was Sie für mich vorgesehen haben. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Es gibt nicht mehr, wo Sie nicht. Ich nehme Sie zurück. Untertitelung des ZDF, 2020